Tja, ziehen wir unser Fazit zum Community Rechner, so habe ich ihn jetzt einfach genannt. Ich glaube, wir haben an der Stelle einfach alles richtig gemacht und haben geile Komponenten verbaut und ich glaube, man kann auch sagen, cooles Ding, jetzt bin ich natürlich ein bisschen platt. Hier sehe ich einen Intel Core i7-7700K, den haben wir weggehauen, der mit 4,2 GHz läuft, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich jetzt auch ein bisschen platt. Ja, eigentlich kann man das hier abbrechen, wir sehen ja, dass die Werte super sind, also von daher ist das ja alles im grünen Bereich. Wir haben auch einfach mal gezeigt, dass es nicht anders geht. Unter 600 Euro geht es eigentlich nicht. Wie will man da noch einen Gaming-PC zusammenbauen, ganz ehrlich? Wir haben ja schon günstige Komponenten rausgesucht und es soll ja auch ein rundes System sein, es soll ja auch vernünftig laufen. Also, was anderes funktioniert einfach nicht. Vor-ubschra behöver. 期 ping-papet. Will. Warum. Alles hoop. Bis mal. Bis zum nächsten 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 Mal.